Ja, alle meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu TÜVYATFAK zusammen mit den beiden Jungs von Akadari, aka Sven und Yannik. Wenn ich das Video gefällt, lasst nach unten like da und besucht natürlich auch die anderen beiden. Wenigstens meine nicht-amerikanische. Och Gott, jetzt muss ich Mathe machen und... Doppelklammer? Das ist doch egal, das ist eh nur Plus. Ja, trotzdem. Ich hoffe, das ist richtig. Aber hier, was am Arsch war? Was am Arsch sein soll? Okay, über T-Marsch, aber weiter. Wir tun mal so. What you know... Oh... Das you're so... Entweder war es das oder das andere. Also ich kenne nur drei Sachen davon. Ich habe einfach mal... Jawohl! Ja, ich kann... Ampere und Volt. Oben kenne ich wohl noch, aber... Complete the title of the Elton Charmhead. Alter, ey, das interessiert mich nicht. Vor allem, in welcher Tag ist denn das jetzt? Motor ist für Sven nimmer alright. Alle Tage sind für mich scheiße. Sonntag, weil du dann weißt, morgen geht's los. Ich freue mich über Freitag, weil da können nicht alle umbringen. Oh, ich war doch das. Wenn ich mal ein Poster bin. Das ist jetzt halt in the night, wegen dieser Sendung, ne? Das ist einfach nur Joker. The heavys fish. Das ist okay. Ja, kann doch nur der sein. Das ist der einzige von denen, der so extrem groß ist. Sonntfisch ist der Sonnenfisch, ne? Ja. Ich google danach direkt mal, welcher Fisch gewonnen hat. Wie schwer da ist. Ja, da war ein Hai. Äh, wieso? Weil das schwer nicht. Weil das schwer nicht. Gewicht. 19.000 Kilo. Wie ich das Vieh, ne? Ich geh mit dem Panda. Ein Walhai hat 19.000 Kilo Gewicht. Ja, guck, der Panda rettet mich. Aber für der große Panda. Also die Viecher wiegen auch mal ordentlich was. Mit so'n großer Panda. Wie viel wiegt der? Ja, Nick hat keinen Bock mehr. Der hat schon oft Minus gekriegt. Ja, ich krieg den. Alter. Ja, weil sonst nicht immer der Minus kriegt. Deswegen hab ich da keinen Bock drauf. Wie alles ist immer benachteiligt. Wenigstens hab ich keine Minuspunkte. Ich komm wieder. Ja, Sven lachs nicht noch durch. Ich lach mich so was von durch. Ich hab jetzt nicht irgendwelche Tiere raten müssen hier. Ja, dumm gewab, ja. Eigentlich ist es auf jeden Fall schon mal besser als letztes Mal. Oh ja. Filme TV. Oh, which film was? Ich kenne Makomori nicht. Makomori Test. Oh komm, oh scheiße, ich darf folgt noch recht. Frozen klingt so, als ob man da irgendeinen Test draus machen könnte. Ich kenn alle Filme, ne? Aber irgendwie... Natürlich, Pacific Rim. Natürlich. Pacific Rim war doch irgendwas mit riesigen Robotern. Ja. Ja, und den, äh, Godzillas quasi da als Gegner. Hm. Das war aber auch nicht der Disney Film oder Hanger Games oder der, äh, Platzi-Typ. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, die wollen wissen, welche Körperteile sie nicht draus genommen haben, wenn sie die mumifiziert haben. Okay, ich hab jetzt nicht was genommen. Ich denk mal von den Lungen her. Verdammt. Natürlich, das Herz, natürlich. Ich dachte, die werden witzig, die uns. What is earth? I know what. Nein, ich hab die falsche Zahl genommen. Okay, das ist ne Zahl. Sven, welche Zahl nehmen wir? Ich hab die drei. Okay. Guck dir. Guck dir, die drei. Ich will die Nummer dry. Verdammt. Natürlich, ich mach die zwei. Natürlich, immer das, was ich nicht nehm. Es... Ich mach dir aber, Lukas, und ich mach das andere, aber... Ich würde eigentlich... Ich würde das in Fragen tragen, dann gehst du los. Wyoming? Gibt's in Fragen Fragen? Das ist ja die, äh, meisten, äh, die ganze Gebotenrate. Ah. Natürlich, Wyoming. Ja, ist doch klar. Ja, ist doch klar. Was sind Ostriches? Das wollte ich auch gerade fragen. Das ist Strauß. Streusel. Glock, hört. Äh, ich geh mal mit, Herr. Ja, Dito. Ich will jetzt noch ein Team? Okay. Natürlich, Flock. Aber wir sind ein Scheiß-Team. Wir will es aufgelösen. Wie soll ich bei den Minus für wohl noch Punkte wegkriegen? Du hast nicht einen Punkt geholt? Ja komm, du kannst nicht... Ja, schlechtes Minus gibt's nicht mehr. Das ist scheiße. Die Kaffee ist einfach kacke gewesen. Janik, jetzt mach doch mal. Ja, jetzt sind sie mal ein Nachteil. Ich hab ja die Buchhandel auf. Sagt euch von mir aus gerne durch. Ich hab keine Lust drauf. Wenn ich immer der Anleitung bin. Wie, ich krieg die Minus 1,5? Leg mich doch hart! Wie tief kann man sinken? Finden wir es. Leg mich doch! Ja, leg mich doch auf! Lass'n, ey! Ja, ist okay für mich. Ist okay für mich. Ich soll auch gar nicht. Gar nichts beantworten. Einfach bei null Punkten. Dann gucken wir mal, ob es weitergeht. Für Filme, Jobs, ist das nicht einer der... der Jobs für Filme? Ich hab keine Ahnung. Mir fällt nur Waitress ein. Ich hab das Setting nicht interessiert. Natürlich! Die arbeitet in einem Bordell? Ja, ja. Fick. Easy. Ach, äh, oh Gott. Martin, ne? Schlechtigkeitspunkte, Leute. Martin, ist es eigentlich meinst du? Ja, mir ist 400! Das ist Cyber-Q und Teen-Titics. Ey, der ist so lame, der Name! Da muss es der sein. Der Cyborg heißt Cyborg! Leckt mich doch. Iron-Ring-Gigant war aus dem Film Iron-Gigant. Ne, der Gigant aus dem Alp. Weiß aber nicht, wie es im Englischen hieß. Äh, Witch of the following eggs. Und du warst nur so'n glitzekleines Stück schneller als ich. Ich kenne davon nur eine Gruppe, ne? Ja, wo die... Ah, das ist ja eine Funde. Ja, keine Ahnung. Komplatte Arten. Wer singt in der fixen Nights, hat keiner Ahnung. Natürlich mag man scheinig, weiß das natürlich wieder was. Ja, das klang hier wieder nach einer von diesen Bands da, die versuchen hier Herr der Ringe zu singen. What is cat in Italien? Ey... Da, ich kenne es! Ich kenne mal was! Wenn das jetzt falsch ist, dann... Äh, dann weine ich. Leckt mich doch! Ja, Gato ist nämlich Katze! Ja, das war ja auch die Frage. Ich hätte geweiht, wäre das falsch gewesen. Ja, ne, komm! Was ist, wenn ich jetzt mal 1,5 krieg? Krieg ich dann 1,5 minus, oder? Nein! Ey, das ist jetzt nicht wahr! Du kannst es mal... Du kannst mich... Richtig hart, oder was ist das? Einmal mit und kriegst direkt 1,5! Und du beschwörst dich! Ja, weil ich sonst... Ihr macht schweiß den Krieg! Was soll ich denn sagen mit minus 1,9? Der braucht einmal von 7 Runden, die wir schon gespielt haben. Einmal! Einmal von 7 Runden! Wir waren nie so tief im Minus! Doch, Freunde, da war es jetzt minus 2000. Ja, aber... Ich meine, man konnte schon, dass es so tief im Minus. Alter, was ist das so... Ich glaube, die Frage hatten wir sogar mal. Was ist eine Antilope? Was ist eine Antilope? Das, was von den Löwen gern gefressen wird. Was ist eine Antilope? Jenny! Go! Ich dachte, das wäre so eine Fun-Frage! Die Fliegen-Gewicht sind noch eine Fun-Frage! Wird aus der Follung ist... Die Fliegen-Gewicht-Eigenwald... Ich glaube 1,5, oder? Ich glaube, Heavy und Mill sind auf jeden Fall eine! Fliegen-Gewicht gibt's. Ja, das bin ich nämlich. Ich bin Fliegengewicht. Du auch? Ja. Skim Wars Beacon. Demonstrated at EA. Natürlich EA3 2006, als ob es gestern gewesen ist. Haben wir doch auch live gestreamt, Sven? Du weißt nicht. Nein. Wie gesagt, das ist gar nichts, ne? Ja, Sven. Das da? Ich hab jetzt einfach Duck genommen, weil ich schon mal gehört habe. Kann ich erstmal überhaupt wissen, auf welche Konsole das sein soll? Okay, schon mal gehört war es nicht. Nice, man. Sag ich doch vorhin, wo ist das so. Haben wir doch gestern noch in Life gestreamt. Ja. Habt ihr das? Nein. In der Wache. Das ist der Endbändiger. Oh, what did the original Waterbenders learn to bend water from? Ich hab's. Von Tigerseelen klingt aber krass. Ich habe jede einzelne Folge gesehen. Oh ja. Ich dachte zuerst, wir wollen aufs Blutbändigen hinaus. Hab ich auch gedacht. Das war Blutbändiger. Nee, das war Blutbändiger. Das war Blutbändiger. Ne, das war Blutbändiger. nehmen oder so die deutschen verstehen den keine fragen man kann auch deren disco server tatsächlich fragen reinschmeißen aber es sind keine deutschen möglich auf dem server die gleichen namen oben rechts wir haben mal die richtige sache gewählt schweden ja das verwirrst du kriegst auch das will ich nicht davor dass du mal nicht alles machst ja niemals nie vielleicht ist auch irgendwie so eine malen minus minus kugel wieso ich will einmal gewinnen in diesem spiel wenn sie dort aus der ring zu tun dass die klingel ist schmergol ich habe diesen schmutz ich weiß dass ich doch ich dachte es kommt aus einem anderen land ich habe die wieso hier okay okay die familie natürlich das hat er mit dem kürbiskopf oder so ne das könnte man jetzt was kenne ich den wohl ich könnte muss also man haben wird auf jeden fall tropische pflanzen ja man haben sind tropisch sehr tropisch die kommen aus den bieten bei uns brauchen die halt in so ein gewächshaut damit die wachsen können ich hätte die frage falsch gehabt ich wollte nämlich auch ich wollte mit euch gehen 500 ich habe hier ständig jemanden im haus der ständig über die marx redet ich habe den fluch weg ich darf nicht machen ich darf nicht machen weil dann geht der fluch zu mir das ist so lange als ich den für gesehen habe ich glaube das obere war das glaube ich ich habe was in den stream geschrieben geheiratet frauen gesucht die kathleen heißen also ich gehe jetzt wieder das wüsste nicht also für mich klingt das nach so frauen 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 verachter natürlich jetzt nicht wenn ich spiele nicht weißt du das aber der große fehler in meinem leben machen also da ist ja im märz erwarten musste es ja auf jeden fall mindestens zwei sein ist das fried welt ok nein nein ich glaube da war es ich war ein bisschen freundlicher lesen vor allem der astrologie das würde in der schule so gut wie gar nicht beigebracht Die Frage, die wesen, musste lachen. Ähm. Der Wasp. Bestmisschen scheiße. Motö, Motö, verdammt. Hallo, Spinn. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Leute. What country has played in the league of football? Das sind nur die Fußballgötter da. Oder nicht. Die schockten, ja. Die sind krass. Die haben es selber mitgemacht, das stimmt. Ich habe jetzt eigentlich an die Brasilianer gedacht. Ich habe nur einmal gehört, dass die mir erzählt haben, die sind krass, die Fußball begeisterten. Ich persönlich habe mit Fußball nichts am Hut. Sensor. Ich war gerade, ich bin böse an den Überlegen. Brasilien oder Deutschland? Spinn, bitte wirklich. Also, ob Deutschland was hinkriegt. Ich muss es irgendwie aufholen. Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Denn die braucht neue Schuhe. Ich sag einfach, wie er schubt. Wenn du jetzt die 1500 Minus kriegst, sei froh, ich habe sie. Ich frage mich, ob du die jetzt gehabt hättest, hätte ich nicht, äh, der Taste gedrückt, hätte. Ich weiß es nicht. Was war das erste denn? Habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. 1,5 Fluss, das andere war 1,5 Minus. Ja, und 1,5 Fluss hat das erste? Ja. Okay, du. So, let's go. Äh, Jean Moulin, wo weißt du, Spiders, äh, äh, äh. Oh, was guckst du einmal in den Film nicht, weißt du? Ich hab gestern noch gedacht, guckst du dir nicht jetzt an? Hey, hallo, bestimmt dieser Schwein. Spiderschwein, Spiderschwein. Comas Vision, wo die Realität. Ja. Ich hab auch jetzt wirklich, aber nur so gedacht, Spiderschwein, Spiderschwein. Ich hab das, die Followering ist, äh, Fear of Sneaks, was? Fast, nix. Schlangen. Boah, was ist denn der lateinische Name von Schlangen? Das ist einfach nur eine latein, die Phobie. Das ergibt alles für mich keinen Sinn. Latein macht den Sinn. Ich habe einfach, ich wusste irgendwas mit Ohr, sei mal die anderen beiden, nie kenne ich. Zumindest weiß ich, dass das nicht das ist. She has in life in 12. Äh, äh. Endlich mal ein Spiel wieder, dass ich kenne. Das Spiel, was ich nicht gespielt habe, aber ich glaube, trotzdem weiß es. Zeit zurückdrehen. Puh. Und der, äh, vor allem, die hat damit scheiße gebaut und ihre ganze Stadt damit kaputt gemacht. Alter. Oh, dude, England, play in the first English. Ah. Komm, wie die Franzosen. Das ist so nützlich, unnützlich zu fragen, ne? Schotten. Ja, ne, da kann ich die Fußball spielen. Wegen, warum kommst du mit so gut rein? What one fun evasion serious? Es muss einer der länger sein. Ja, ich kenne nur einen von den dreien der Länge da ist. Konosuba hat definitiv keinen, äh. Also Konosuba ist zwar witzig, aber die haben keinen Preis. Ich kenne nur so, aber die haben keinen Preis. Ach, scheitert er wohl doch. Sag mal, prüfen ihre Fragen ja eigentlich auch mal. Scheitern kannst du beim Vampen, kannst du besperrt auf die Felsen. Die haben keinen Preis. Was? Äh, Sven, ich hab gehört, du willst das halbe Ding. Boah, nein. Das muss ich im Stream noch mal sehen. Der Green-Stream soll ich sehen. Er ist weggegangen. Er ist weg, Tjogi. Don't give up. Ich seh erstmal, äh, ich höre dich erstmal bam, 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 bam. Und dann sehe ich dich nachfolgendem Spiel weggehen. Alter. Dafür brauchen wir eine Feuerwehr für dich wieder. Lack mich doch. ich hab vor allem nur geraten dass es dich erwischt natürlich bin ich auch hier wieder das ist doch das mit dem pferde reden die szene die am meisten hängen bleibt durch die erste folge erstens wie die es nicht schafft durch den zeuder durchzukommen weil sie nicht weiß dass man ihre karte darauf halten muss und dann auch noch ich in typ der die an den beiden rumfummelt weil der wissen wir die beine sind komplette green des american idiot okay keine ahnung kommt jeder macht propaganda noch habe ich endlich mal gewonnen englisch stürmer wird das ist es besser ich weiß nicht ich kenne nicht das andere schon ich weiß nicht was das soll aber es ist ein bisschen war auch kein das okay wie fußballfreund auch komplett sich für nur einmal um ihn Okay, ich habe zwei hier Errungenschaften bekommen. Ich habe eine bekommen. Belastend, ey. Kannst mir die Stelle mit dem Ragequid schicken? Alter. Komm, bitte. Nein. Shining. Drei und acht Punkte. Achttausend, siebenhundert, ey. Ist doch ein schlechter Witz.